Musik Trotz der Wirtschaftskrise kann sich die internationale Automobilausstellung in Frankfurt über großen Zuspruch freuen. Noch kurz vor Beginn haben sich etliche Aussteller entschieden, sich auf der IAA zu präsentieren. 781 Aussteller aus 30 Ländern sorgen für Veranstalter für zufriedene Gesichter. Musik Bei dieser IAA haben viele spannende aktuelle Fahrzeuge gesehen, die heute und morgen gekauft werden können. Aber Sie sehen natürlich auch interessante Studien, Concept Cars. Die Concept Cars zeigen schon deutlich, in welche Richtung sich das Auto von morgen weiterentwickeln wird. Verbrauchsreduzierung ist ein großes Thema, ebenso die Möglichkeit elektrisch zu fahren. Bis es aber soweit ist, wird es noch einige Jahre dauern. Aber einige Aussteller werden auch dieses Mal Studien zeigen, die wir so kaufen würden, wenn es sie beim Händler gäbe. Die diesjährige IAA wird ihrem Motto erleben, was bewegt, gerecht werden. Das ist schon jetzt klar. Bis zum 27. September kann man sich davon in Frankfurt überzeugen. Untertitelung des ZDF zu kommen, wenn es die neue Idee gibt, kann man sich davon ausz jap Add räumen zu bekommen, und auf den Augendaadäte hoch mínlusive Aufschadern und mich klar waiting. Untertitelung des ZDF, 2020